Hiiii! Vor allem, wenn sie da rauf fliegen, dann sagen sie, hey Molli, das ist der geilste Auto, das es gibt. Und das sollte er noch sein. Du hast schon immer sehr stilvolle Fahrzeuge. Das ist nur eben ... Weisst du, das fehlt auch so viel. Ist das die 900? Das ist die erste Version, ja. Es ist nicht mega, wenn man schaut auf ein Auto in die Garten oder so, oder ein Auto in die Garten. Ich bin mega seltsam. Ja, und alle sind immer abgedritten, und die Osterböse auch, und viele. Oder der kann man einfach nur den holen. Das ist kein Problem. Ich frage einfach die Leute in die Saal. Das ist alles, oder? Das ist der Rest selbst. Helfen, Hals. Das sind zwei, drei, drei, drei. Ah! Du zahlst alle ein, oder fünf und alles, oder du? Ich brauche einfach auf uns, ich habe eine Dacke. Oh, das ist ein bisschen zu groß. Aber wir brauchen einen Dacke. Meine Eltern haben ...